Der Unterlass umgehend das Abwenden von Führungstechnik. Wie gesagt, ihr fädelt nicht nur alle, sondern euch selbst und schaltet natürlich auch alle freien. Der General heißt Christen, deswegen hier nochmal, was auch gut unterlasst, das Abwenden von Führungstechnik. Was für Vollfuss. Ja, ja. Und dann merken wir es auch noch, ob wir. Wir haben es auch noch auf dem Spielfeld, das Zeug. Friedenfeld! 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 Friedenfeld Ja, 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 ja.